die mutter monika genommen geh zurück auf deinen platz oder kümmer dich meinetwegen um die tomaten ist mir egal dankeschön die gehörten mir ich glaube es hat zweimal ich habe hart für sie gekämpft ich durfte schon mein ganzes zeug mit nicht mitnehmen meine schleife et cetera meine mundharmonika darauf erst mal sie geströlt cool cloud die schöne goldene miniatur glocke wie am anfang vom spiel da waren ganz viele kleine glocken in dem loch okay aber bevor wir das tun ruinieren wir den miniatur ding weil obvious reasons hey das ist der gärtner vom ersten teil hier war mein zuhause hier hinten war mein zuhause und dann bin ich hier rum 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 und dann bin ich hier lang 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 und damit hier dann habe ich hier ein picknick gebaut und dann bin ich hier lang sogar seine blume damit seine blume geklaut diese blume hast du jetzt noch im miniatur garten meine blume ICK Bile de Blooma red Bile de Blooma so,��� 간ät Stimmt, oh mein Gott, ja, das kann natürlich sein. Hier sind wir im zweiten Teil. Hier von dem Laden war ein kleines Geschäft aufgebaut. Hier war ein kleiner Junge, den habe ich hier in die Telefonzelle eingesperrt. Und dann kam diese Dame hier raus und hat ihn gerettet vor mir, weil ich bin das böse, böse Monster anscheinend. Unglaublich, aber wahr. Ab ins Wasser, alte Lady. Man gebe mir den Briefkasten, ihr braucht ihn nicht. Er gehört ins Wasserweif. Eindeutig. Oh mein Gott, kann ich das komplette Ding zerstören? Oh mein Gott. Wir werden eine Weile lang hier sein, Kinder. Ich mach das schon mal drauf gefasst. Wir werden eine Weile lang hier sein. Wir werden eine ganze Weile lang hier sein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die werden mich so hasen. Die werden mich noch mehr hasen, als sie es eh schon tun. Ah, sie ist auf dem Blatt gelandet. Du darfst auf dem Blatt bleiben. Blub, 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 blub. Blub, 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 blub. Entschuldigung, Entschuldigung, ich brauche meine Mutti Monika. Ich bin nicht vollständig ohne sie. Böde Bank. Weg. Dankeschön. Hier waren die beiden. Er hat gar nicht seine Rose. Seine preisgekrönte Rose hat er nicht in seinem Miniaturgartengarten. Miniaturgartengarten, nicht vergessen. Sie hat ihr Porträtding, aber er hat nicht seine Blume. Das ist schon echt fies. Ich meine, das Ding ist preisgekrönt, angeblich. Gemeinheit. Der war so gemein. So gemein. Ah ne, das ist der alte Mann. Mit seiner Mutter Moika. Weißt du was? Wir setzen dich hier drauf. Du warst lieb zu mir. Oh mein Gott. Ein Miniaturgarten. Im Miniaturgarten. Vom Miniaturgarten. Ach du Scheiße. Dafür ein Tröttröt. Moment. Okay, Moment. Wir müssen Tröttröt retten. Okay. ich werde Willkommen zum Stream. Mir geht's gut. Bin ein bisschen müde, aber ansonsten geht's mir gut. Und selbst. Und trage sie den ganzen Weg zurück nach Hause. Oh mein. Okay. Ja, im Moment geht es irgendwie vielen so, dass sie sehr müde sind. Ich hole die Mundharmonika noch. Wenn es das letzte ist, was ich tue. Okay. 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 Nein, das ist meine Glocke. Ich glaub's ja nicht. Wie kannst du's wagen? Du hast mich die ganze Zeit in Ruhe gelassen. Verschwinde, das ist meine Glocke. Hau ab. Wackel, 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 wackel. Natürlich. Kann ich nicht lang gehen. Muss ich wirklich durch das komplette... Ich muss wahrscheinlich schon aber wirklich durch das komplette Spiel durch. Na gut. Muss ich keine Glocke. ... Untertitelung. BR 2018 Oh mein Gott, liegt da immer noch die Garten? I love it. Ich kann aber auch nicht rennen. Ich kann aber auch nicht rennen. Von daher könnte ich ein Geschosser nicht aufwählen. Entschuldigung, das ist meine Glocke. Dankeschön. Dankeschön. Bye-bye. See ya later, alligator. Oh shit, falsche Abkürzung. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Tschüss. Ich bin überhaupt nicht hier. Fäppel dich selbst nicht. Ja. Dankeschön. Yay! We did it! We did it! We did it! Ab, zurück, nach Hause. Oh, mein. Das war gegebenenfalls nicht. Aber nur gegebenenfalls. Dann hast du es nicht entdeckt. Das habe ich nämlich geöffnet. Here we are! Bevor wir das aber machen, muss ich die Mundharmonika holen gehen. Weil ich habe es ihr versprochen. Also werde ich das auch tun. Also werde ich das auch tun. Äh. Ha. Und wer... Traurig. Die Schleife! Oh mein Gott, ja, wir müssen die Schleife aufholen. Wir müssen auf jeden Fall auch die Schleife holen. Zu 120 Prozent. Ich muss das Spiel mit der Schleife beenden. Auf jeden Fall. Die Frage ist, wo ich die hingelegt habe. Ich kann hier nicht durchlaufen! Verarsche! Na toll. Und nun? Ich glaube, meine Schleife liegt da hinten. Neeeeeen! Das ist jetzt blöd. Das ist jetzt äußerst blöd. Das ist jetzt blöd. Das ist einfach zu unregelmäßig, da kann man kein richtiges Lied draus machen. Manchmal ist es Mäp und manchmal ist es Mäp, Mäp. Oh, ich kann hier nicht mehr durchlaufen. Moment, kann ich hier unten durchlaufen? Ja, ne? Nein! Ich kann nicht zurück! Die Schleife, die ich gegönnt habe. Meine Mundharmonika kann ich auch nicht holen. Trauriger Tag für eine Gans. Mäp, Mäp. Mäp, Mäp. Wenigstens kann ich mit der Sicherheit leben, dass der Junge immer cool aussehen wird. Oh mein Gott, der Junge ist ein PC-Baby. Oh mein Gott, PC-Principal. Bist du das? Bist du das? Oh mein Gott. Oh mein Gott, der Typ von South Park. Der Schuldirektor von South Park. Oh mein Gott, der Typ von South Park. Outróp. J�� des Mäp. Ich hab doch das Spiel gespielt, jetzt vor kurzem, ich hab's übrigens beendet. Und da ist PCPrincipal voll das große Ding. Das ist er. Ich hab's im Discord reingepostet. Da ist er voll das große Ding. Weil man lernt eine Spezialattacke von ihm. Weil... Es ist einfach so passend, sein Oberteil ist blau, er trägt die Sonnenbrille, er ist blond. Das ist so passend. Oh mein Gott, yes. Oh, help. Oh, ich heule. Oh, Mama Mia. Der war gut. Der war absolut gut. Nur ich hab ihn verstanden, aber er war trotzdem wundervoll. Ah, das ist dieser Joke. Okay, ich und seine Anlieben verstanden. Aber er war wundervoll. Er war absolut wundervoll. Gott, der Joke hat Night Five verdient. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Okay, wo waren wir stehen geblieben? Ich hab ihn auf. Ich hab ihn geblieben. Ich hab ihn, als ich sie habe. Ich hab ihn geblieben. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Es gibt noch mehr zu tun Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020